Herzlich Willkommen beim Autospritzwerk André Kieser in Kegiswil. Wir sind eine Karosserie Swiss-zertifizierter Fachbetrieb und reparieren seit 1986 Pläschschäden rund ums Auto. Unfallschäden, Harkschäden, Hagelschäden, Rostschäden, einfach alles, was am Lack gekratzt hat. Für unsere Kunden erledigen wir die ganze Schadenanwicklung mit der Versicherung. Dank unseren Ersatzfahrzeugen bleiben Sie mobil. Wir mischen den Fahrturm passgenau, schläfen die Schadstelle und lagieren alles wieder auf Hochplatz. Mit Herzblut und Liebe zum Detail restaurieren wir Oldtimer aus allen Zeitepochen. Wer sein Auto optimal schützen will, lässt das von uns polieren und mit einer Keramikversiegelung beschichten. Spezielle Kundenwünsche nehmen wir gerne als Herausforderung an und können hier ganz kreativ werden. Damit dieses Handwerk Zukunft hat, bilden wir junge Talente zur Karosserie lackieren aus. Nach jeder Reparatur wird Ihr Auto gereinigt sowie auf Verkehrssicherheit durchgecheckt. Wir wollen, dass unsere Kunden das Autospritzwerk André Kieser zufrieden verlahmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017